Und da sind wir wieder bei Let's Play Shadow of the Colossus. Yay! Wollen wir doch mal schauen, dass wir Nummer 15 aus seinem ins Tal gestürzt wieder rausholen? Ich bin gespannt. Ich schätze mal nicht, dass wir den da wirklich wieder rausholen können, oder? Schauen wir doch mal. Ist er ein Riese, der ins Tal gestürzt ist? In Zwischensequen schon. Da anfängt zu spielen, dann... ja, gut. Dann weist das darauf hin, dass der Riese aus seinem Tal rauskommt. Und dann werden wir wahrscheinlich diese ganze Griechenruine hinter uns nutzen können. Das sieht aus wie ein riesiger Affe. Er ist ein Riese. Er ist groß. Er ist ein Gorilla. Mit ganz, ganz, ganz viel Festhaltefläche. Vor allem mit einem Brotmesser. Ja, auch mit einem mehr oder weniger Brotmesser. Boom, wir sehen, er stampft. Das ist schon mal wichtig, zu sehen, dass er stampft. Das Ding sieht nicht so aus, als ob es er stabil wäre. Sein Messerchen sieht aus, als ob es vorne zersplittern würde, wenn er damit einmal auf den Boden schlägt. Wir wollen auf einer von diesen Plattformen und jetzt wollen wir ihn hier hinloggen. Da bist du. Komm her. Riese, stampf mal. Hast du den riesigen Schaden gesehen, den ich ihm gemacht habe, aber ich ihm in die Brust geschossen habe. Siehst du, wie sich die HP-Leiste da oben massiv verändert. Ich sehe, dass er zumindest darauf reagiert, dass du ihn triffst. Es leuchtet zumindest und seine Augen leuchten rot, weil Agro und so. Aber nicht dein Pferd. Jetzt hat er aber nämlich nach oben gestogen, jetzt können wir nämlich hier hin. Sehr schön, jetzt kann man hier an der Seite hochklettern. Kannst du seine Beharrung vielleicht erreichen, um dich daran festzuhalten? Hallo Riese. Ey, Bro, ich bin hier drin. Hallo. Und ins Gesicht. Ich bin gespannt, wie gut dieser Kampf hier funktionieren wird. Du sagst es ja, du machst den nicht sonderlich. Es ist so ziemlich mein Hasskampf. Den musste ich am häufigsten in der Time Attack nochmal neu machen. Äh, mag ich auch nicht angreifen. Weil man ihn dazu bringen muss, alles in diesem Kampf zu tun. Praktisch. Das ist ein bisschen sehr nervig. Äh, sollte er dich nicht angreifen? Sollte er ja. Aber er muss sich erstmal richtig hinstellen, um mich angreifen zu können. Deswegen will er gerade mich attackieren. Aber seine Augen sind auch gar nicht mehr rot. Komm, Bro, mach was. Yes, du weg da. Uuuuua. Ich sagte, wir sagten, ich habe schwer, wenn man hier gegen genockt und hat damit die Sachen hier kaputt gemacht. Und jetzt kannst du noch weiter hochklettern? Ja, jetzt kannst du noch weiter hochklettern. Äh, ich sehe nichts. Ah. Nein. Da müssen wir lang, aber ich war mir nicht sicher, ob ich richtig hoch genug hochgesprungen bin, das habe ich aus Versehen. Die Kamera ist auch herrlich an der Stelle. Ja, ist fantastisch. Da kann man echt nichts gegen sagen. Ist hier ganz großartig. 10 von 10 Punkten in der Kameraführung. Ja. Achso, da kann man sich was halten. Das musst du aber wissen. Ja, also ehrlich. Die Kamera ist hier äußerst super optimal. Das ist sehr fragwürdig. Ist der Bogen eigentlich wirklich pink? Ja, der Bogen ist pink. Wow. Wer in aller Welt kämpft mit einem pinken Bogen. Ja. Ich habe nie so richtig auf die Farbe von dem Ding geachtet. Ich habe mir immer automatisch als hellbraun interpretiert. Aber gerade an sein, was näher zu sehen war, pink. Ja. Ich meine, feiern wir haben ja auch spaßenshalber. Manche Spieler sind sich die Möglichkeit, dass du deine Farbenwaffe in der ganzen in der Schmiede fallen, dass ich manchmal auch spaßenshalber Picke waffen gemacht habe. Aber freiwillig in Picke Wogen wirklich. Ich weiß er nicht. 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 Ja. Genau. Ich weiß er nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Diese in der Sinnerbereich, aber das verdient ist ja auch schon ja. Ihr seid doch nicht mehr. Ich wäre vielleichtком Ruhe im also einer von den Boss mit der meisten Beharrung so um schon mal an diese Dinger anzukommen so jetzt Schwachpunkte finden ach ja stimmt nicht kommen erst wenn das Schwert draußen ist auf seinem Kopf haben wir schon mal Nummer 1 Headbang ganz gerne gibt auch ein Glitcher so permanent Headbang äh nicht so schnell ja dann äh wenn er dich mal lässt immerhin kleiner Stich in der Regel funktioniert bei vielen Kolossen funktioniert nur einen kleinen Stich macht das dann für den Moment stillhalten dass man da mal einen großen hinterher setzen kann er mag nicht er ist einfach der etwas widerspitziger der Stich ist nicht durchgegangen irgendwie kein Schadenswert gesehen ne ne der ist auch nicht durchgekommen hab ich abgebrochen der scheint kein Stich Schaden gemacht zu haben ne ich sag dir schon wenn mal einer durchkommt mach das wenn's soweit ist sag ich dir schon Bescheid so lange ich mich darüber dass die Animation zu zeigen scheint und auch Sounds spielen dass du zustichst aber trotzdem kein Schaden kommt so lange es aber sicher reduziert sich die Ausgabeleiste der kam durch ja ein kleines Stichlern stell dir was länger zu dauern den Kopf zu durchlöchern ich wollte mich natürlich mal draufstellen ja keine andere Schlachtpunkte ich sehe keine er hat noch andere Schlachtpunkte ich bin dabei etwas besser versteckt so wenig Schaden darum dass ich einfach mal vermute es wird nicht sein Einziger sein können das ist ein von da aus der muss wahrscheinlich irgendwann den Bauch dran kreuen eine gute Wanda bleibt doch mal für einen Moment stehen nup erschütte sich zu sehr na uuuhh ich sag das ist einer meiner absoluten Hasskolosse kann ich verstehen dein Ausfallleistet sich auch nicht wie die regeneriert ne durch die ganze Geschichte die du gerade gemacht hast im Gegenteil ist jetzt noch niedriger als vorher wir stehen und jetzt sieht es ganz gut aus das ist sehr schön jetzt hat er sich auch mal ein bisschen normal bewegen nicht permanent sich hinfengeschüttelt oder getrennt oder sonst hat er Mist gemacht so haben wir einen Größer durchgekommen ist wunderbar und das war mal einen Größer durchgekommen ist wunderbar und das war mal einen Größer durchgekommen aber langsam müsste sein Kopf dann aber erledigt sein er hat immer noch nichts aber er nimmt immer noch Schaden wenn man ein guckt Ja, der Kopf ist, glaube ich, 90% von seinem HP. Okay. Das merkt man an der Leiste. Das war's. Ja, jetzt ist der Kopf weg. Das war alles in seinem Kopf. So. Jetzt ist die Frage, wo ist eigentlich das letzte Ding? Und wie kommt man hin? Also schuldet er sich jetzt wieder brav. Bis jetzt habe ich ihn noch nicht gesehen. Fragezeichen. Nee, auch nicht am Bauch. Am Arm selbst auch nicht. Die andere Schulter ist geschützt. Grund aller Welt ist sein letzter Punkt. Ist dieser Riss da vorne im letzten Punkt? Wir haben da vorne eine Schwachstelle, die wir schon mal beim ersten Koloss gesehen haben. Ich habe danach nicht mehr so wirklich. Doch bei den Pferden habe ich es immer gesehen. Ah. Ich habe es schwer fallen lassen. Oh nein, nicht das Schwert. Die Musik hat doch aufgehört, das ist dramatisch weh. Ja, deswegen die zweite Phase von den Kampfmann, das ist eine eigene Musik. Interessant. Okay. Ja, schade hat nicht funktioniert. Man kann sich direkt in die Handfläche von ihm fallen lassen, wo übrigens der zweite Schwachpunkt ist. Ah, okay. Und jetzt fängt nämlich der Bullshit von ihm an. Man muss nämlich genau auf die eine Attacke warten, wo er mit der flachen Hand auch auf den Boden haus. Okay. Damit man in die Handfläche reinkommt. Und da er ganz gerne mal stampft oder andere Attacken macht, ist es ab jetzt mehr oder weniger reines Glück, welche Attacke er jetzt einsetzt. Das ist ein Erftakt. Und deshalb habe ich die Time Attack von ihm so oft neu machen müssen. Ja, das kann ich nicht verstehen. Weil mehr oder weniger auf der richtigen Entfernung von ihm stehen, muss er mit der nicht seine Fußstampffattacke machen, damit er mit der Hand schlägt. Und dann würde ich irgendwo beantworten. Es ist nicht auf der größten Entfernung. Man muss ja genau in der richtigen Entfernung stehen. Und jetzt nicht mehr. Ah, ja, okay. Den Schwachpunkt war das Schreck nicht draußen da. Und zack, zack. Das war so ein Hand. Das liegt doch ganz gut. Ja. Ich glaube, das wäre für Time Attack auch angebracht gewesen. Äh, ja, ich glaube, das hätte gepasst. Ich werde sagen, aber ich glaube, ja. Also mit der zweiten Attacke die Hand, das dürfte gepasst sein. Ich habe auf dem Kopf ein bisschen lang gebraucht, aber... Ja, also, sagen wir mal, wenn du jetzt die erste Phase perfekt gespielt hättest. Ja. Wenn man nicht Kameraprobleme gehabt hätte und beim Hochspringen ein bisschen gebraucht hätte. Ja. Aber ich glaube, das hätte sogar damit, hätte das, glaube ich, noch passen können. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was die Zeit von ihm in A tiempo Attack ist. Das habe ich mich nicht alles täiftать. oder das war der vorletzte Gigant. DAS war tatsächlich der vorletzte Koloss. Es kommt nur noch ein finaler Boss, dann ist das Ganze hier schon vorbei. Ja. Hörma. Spielschein speichern? Nöööö wollen mover nicht und die Party wird noch größer vor Nummer 16 kriegen wir keine neue Katze hin Geister Party ist die beste Party die Geister Party hört nämlich erst auf wenn die Kamera schwenkt das ist der letzte auf der Seite oder? Der letzte auf der rechten Seite und geraden Bosse vernichtet Stempel drauf ja kprock 8 grade besiegt Ach wunderbar Er steht schon wieder. Ja. Sieht aber nicht wirklich viel gezeichneter aus als vorher, obwohl sein Cave inzwischen sehr zerfleddert ist. Ja. Aber schon irgendwelche roten und braunen Ställe an Armen und Beinen und so. Gesund sieht er nicht mehr aus. Endlich der letzte Koloss. Oh, neuer Dialog. Das wird ja Zeit. Ja. Das Ritual ist fast vollzogen. Euer Wunsch ist fast gewährt. Euer Wunsch nach Tod. Ich bitte, der bringt uns nur um am Ende. Doch nun steht jemand bereit, euch in den Weg zu treten. Bestanden auch die letzten 15 Male. Ehh, ja. Irgendwie schon, ne? Ja. Der letzte Bus ist sogar wirklich auf uns zu gekommen. Beilt euch, die Zeit wird knapp. Ich glaube nicht, dass wir wirklich ein Zeitlimit haben, oder? Ne, nicht wirklich. Wir könnten jetzt durch die Gegend gehen, sämtliche Früchte von Bäumen sammeln, sämtliche Salamander sammeln, wenn wir lustig wären. Ne. Es würde nichts daran verändern. Ich habe auch keinen Tipp gekriegt, wo wir hin müssen und was es ist. Ja. Wir haben den Hinweis bekommen, ey, es ist der letzte. Wo? Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Pferd, spiel mit. Dankeschön. Wir müssen da an einer ganz wunderschönen Stelle, wir müssen nämlich ganz in den Süden. Einmal geradeaus. Ab in den Süden. Ja. Man könnte meinen, man müsste wieder zum ersten, aber nein, man muss tatsächlich einmal um das ganze Bildung herum. Okay. Überraschenderweise ist er nicht an der Stelle, wo der erste ist. Das wäre auch mal ein merkwürdiger Plotwist. Der letzte Boss ist ein wirklicher der Erste, wieder erlebt. Ja, nochmal. Ohne dass er stärker ist. Ja, das wäre wirklich sehr merkwürdig. Du darfst Minotaurus nochmal besiegen, so merke ich den mir immer, aber... Okay. Reiben wir nochmal ein bisschen im Stehen. Wee! Ich habe mir noch nicht angeguckt, wie man andere Manöver macht, aber wie gesagt, alles halb so wild. Könnte man eigentlich irgendwelche Sachen freispielen, wenn man die Time-Attacks jetzt schon machen würde? Also wenn man die jetzt schon alle schaffen würde, kriegt man dann schon irgendwie Etems? Ich glaube nicht. Okay. Was gibt es denn so für Etems, die man überhaupt kriegen kann? Äh, also für zwei besiegte... Man bekommt für alle zwei besiegte Kolosse der Time-Attack bekommt man Etems. Okay. Also acht Stück. Äh, man bekommt... Auf dem normalen Moos bekommt man als erstes, glaube ich... Five Pfeile. Five Pfeile? Ja, wenn du die schießt, äh, pfeifen die halt und lenken damit die, äh, Aufmerksamkeit des Kolosses auf sich. Okay. Man kann damit also die Kolosse dazu bringen, irgendwo anders hinzugucken oder irgendwo hinzulaufen. Mehr oder weniger wie wenn man selber pfeift, nur dass man eben sagen kann, ey, ich bin da drüben. Hey! Ich bin da drüben. Ähm, dann bekommt man drei Etems, die den Angriff verstärken. Ich glaube zwei Masken und ein neues Cape. Wobei man nur eine von den Masken jeweils angelegt haben kann und die zweite den Angriff ein bisschen mehr erhöht als die erste. Okay, also die sind nicht nur kosmetisch. Die sind nicht nur kosmetisch, sondern die machen auch was, die erhöhen sich den Angriff. Äh, dann das letzte Item, was man bekommt, ist, äh, sind, ähm, die Explosionspfeile. Mit dem man, äh, auf die Schwachpunkte von den Kolossen schießen kann, damit man dann, damit tatsächlich auch Schaden machen kann. Ja, das hat so erzählt, ja. Dann bekommt man die Karte, wo alle Bäume drauf sind, die Karte, wo alle Salamander drauf sind. Sind das unterschiedliche Karten? Das sind unterschiedliche Karten. Das sind unterschiedliche Karten. Äh, damit sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Item. Weiß ich gerade gar nicht. Wer ist jetzt auf jeden Fall 7 von den 8? Und auf dem Schwermodus bekommt man, glaub ich, auch wieder die Ablenkungspfeile. Man bekommt als allerletztes Item, wenn man alle 16 besiegt hat, das Schwert der Göttin. Und wenn man in den Schwermodus geht, verlierst du dann alle deine Items? Du verlierst alles. Du verlierst deine HP, du verlierst deine Ausdauer, du verlierst alles. Du fängst quasi nur mal komplett von neu an, nur dass die Kolosse halt schwerer sind. Ah, so. Du musst die Time Attack alles nur mal komplett neu machen. Die haben da auch andere, ähm, Zeitvorgaben, die Kolosse auf Schwer zum einen, weil die teilweise halt neue Schwachpunkte haben. Und die, die keinen neuen Schwachpunkte haben, haben trotzdem einfach kürzere Zeit, in der du das machen musst. Okay. Ähm, da bekommst du als allerletztes Item, wie gesagt, das Schwert der Göttin, mit dem du alle Kolosse One-Hit ist. Das ist ein bisschen übertrieben. Ja. Dann bekommst du auch wieder die Salamander-Karte, die Baumkarte, bekommst drei Items, die deine Verteidigung erhöhen. Ich glaube auch wieder zwei Masken und ein Cape. Ähm, ja, und das war's mehr oder weniger. Ja, du bekommst mehr oder weniger dieselben Items halt bis auf das Schwert der Göttin, was du halt dann extra bekommst. Okay. Das hier sieht doch sehr endgämig aus. Ja, das ist auch sehr endgämig. Hier müssen wir einmal durch die Tür durch. Und durch die Tür kommen wir auch erst, wenn wir 15 Kolosse besiegt haben. Das hab ich mir schon fast gedacht. Ich hab schon fast gedacht. Ich mach's mal nicht von Agro aus, also ein bisschen umständlich, den da zum Stehenbleiben zu kriegen. Ich vermute mal, du musst da oben reinleuchten. Ja. Nur dieses Schwert kann die Türe öffnen und auch nur, nachdem du 15 Kolosse vernichtet hast. Hat ein bisschen was von Indiana Jones. Leuchtet das Licht an die richtige Stelle. Auch wenn andere Franchises es genauso gemacht haben. Ja. Ich bin mir halt nicht sicher, wo es angefangen hat. Das kann man bei solchen Sachen schlecht sagen. Ja. Aber hier haben wir den finalen Speicherpunkt im Spiel. Angefangen hat es wahrscheinlich irgendwo in den Zeiten, als Filme noch nicht existiert haben. Wenn man also nochmal speichern möchte, ist dann hier die letzte Gelegenheit dafür. Scheinbar kann man Agro aber erstmal mitnehmen in Richtung Kampfgebiet. Wir müssen sogar Agro mitnehmen. Weil wir nicht über diese Brücke kämen. Ich nicht? Nee. Ist zu weit. Oh, äh, ja. Ist das eine Katze gerade? Ja. Okay. Gut, dass du vorbar keine Katze hast. Jetzt hat die Katze angefangen. Nein, das Pferd! Attox, nein! Agro! Äh, Platsch. Er hat bestimmt überlebt. Er ist bestimmt wieder da, wo er wieder rausgeht. Also, es kann mit Laserstrahlen abgeschossen werden und überlebt das. Kann sein. Wir hoffen einfach mal, dass er schwimmen kann. Obwohl er bis jetzt bewiesen hat, dass er nicht schwimmen kann. Aber wir hoffen mal, dass er in diesem Fluss schwimmen kann. Ist nur in den Fluss gefallen. Er überlebt das Pferd. Ja. Immer hat unser treuer Partner, Agro, uns noch hier oben abgesetzt, bevor er in die Tiefen gefallen ist. Nett von ihm. Tschüss, Pferd! Lustig. Schuss mal danach kann es nicht mehr speichern. Nee, wir können hier nicht mehr speichern. Das war der letzte Speicherpunkt. Komm er nicht mehr hin zurück. Ja, dann müssen wir hier wohl weiter hochklettern. Sieht schön aus hier. Es wäre ja nicht der Weg zum letzten Koloss, wenn man nicht noch klettern müsste. Einmal noch Jump'n'Run-Gebiet, wuhu. Plattformen. Plattformen sind immer lustig. Nein, dem Spiel sind es nicht ganz grauenhaft gemacht, das Plattformen. Außer du musst an eine Kante springen, die gegenüber ist, das ist immer grauenhaft. Oder du musst rückwärtspringen. Die rückwärtsprünge sind immer... Ich habe es zum Glück bis jetzt noch nicht versaut, aber die sind immer so ein bisschen... Fragwürdig. Fragwürdig. Quack. Quack. Es gab auf VPS 2, ich glaube, es wurde auf VPS 3 ausgebaut. Wenn du genau schräg gesprungen bist, hast du keine Ausdauerhilfe verbraucht. Damit konntest du direkt am Anfang des Spiels auf den Tempel, wo man anfängt hochklettern. Weil du kein Ausdauer verbraucht hast. Praktisch. Beim Hochklettern. Ich schätze mal, den Back haben sie gefixt. Ja, den Back haben sie, soweit ich weiß, haben sie den gefixt. Selbst wenn da oben drauf gibt es nichts, was einem im frühen Spiel irgendwie helfen würde. Ich dachte, das sind nur wie Früchte und Salamander drauf. Da sind Früchte drauf und keine Salamander und die Früchte, die du da oben isst, verringern deine HP und deine Ausdauer. So dass du dich wieder auf Level 1 zurücksetzen kannst. Das sind die verbotenen Früchte des Tempels, damit kannst du alle deine Werte wieder runtersetzen. Die gehen nicht unter das Minimum, aber nicht unter den Startwert. Du kannst dich wieder auf den Startwert zurücksetzen. Das heißt, es ist nicht wirklich Sinn, Macht da hochzugehen. Außer sich das mal anzugucken. Und wenn du alle, ich glaube, es sind irgendwie 55 Früchte oder so, die da oben drauf sind, wenn du alle 55 Früchte gegessen hast, kriegst du dafür nicht. In der PS3-Wer sind schon sicher. Das ist also, du musst halt alle Früchte der Welt gegessen haben, da zählen die da oben mit dabei. Ah ja. Zusätzlich zu den Früchten, die halt auch da sind. Also sollte man die so früh wie möglich futtern. Wenn man nicht unbedingt die Herausforderung haben will. Ja gut, du musst mehr oder weniger zwei, drei Mal durchgespielt haben, um genug Ausdauer zu haben, um da hochzukommen. Hm. Wunderschön. Dann musst du freiwillig wieder alles auf null reduzieren. Ja gut, danach musst du nicht speichern. Also sieht schön aus. Das gesamte Ding der Koloss? Äh, okay, also sind wir gerade an dem Koloss schon ganz ein Stück hochgeschüttet. Nee. Dir steht noch sehr weit von ihm weg, aber wir kommen schon mal seine Kanzel. Okay, der letzte Koloss ist mehr oder weniger ein Dungeon eines anderen Spiels. Ja. Es sieht so aus, als wäre ein betretbarer Tour mit einem anderen Spiel. Ja. Ja. Er zeigt auch schon so unnötig auf uns. Von daher würde ich sagen, kommen wir doch mal zu ihm beim nächsten Mal. Mal zeigen wir mit Nackensteinfingern noch angezogene Leute. Ja, echt frecher. Das ist unhöflich. Ich finde, du solltest ihm dein Schwert einfach mal eine Schwachstelle rammen. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn wir das Spiel wahrscheinlich auch schon zu Ende bringen werden. Vermutlich. Böster Helm. See ya. Aloha.